Jeder Arbeitnehmer wird mal krank. Aber was ist bei längeren oder chronischen Erkrankungen arbeitsmäßig zu beachten? Die Rückkehr an den Arbeitsplatz unterliegt bestimmten Prämissen und der Arbeitgeber bietet dazu das BEM, das Betriebliche Eingliederungsmanagement, an. Alles, was es da zu beachten gibt, erfahrt ihr heute bei Zentrum Nachgefragt. Was ist BEM für Betriebliches Eingliederungsmanagement? Auch ganz verhindert werden können. Einladung zu einem BEM bekommen. Soll ich hingehen? Soll ich die Einladung annehmen? Was sagt ihr dazu? Also unbedingt. Es gibt, sagen wir mal, so eine Art Mitwirkungspflicht. Wenn der Mitarbeiter die Einladung zum BEM ausschlägt, dann hat der Arbeitgeber von seiner Seite kein To-Do. Man kann quasi ihn von seinen Verpflichtungen befreien. Und das ist kein sinnvoller Zug, denn wenn man sechs Wochen oder länger krank ist, hat das ja ein Grund. Wird vom Arzt festgestellt über die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Und dann muss man natürlich gucken, klar, was führt dazu, wie kann man Mitarbeiter unterstützen, dass er auch wieder Lust hat, zur Arbeit zu gehen. Und auch wenn da irgendwas im Wege steht, zum Beispiel wie die Krankheit. Welche Möglichkeiten hat der Arbeitgeber, um diese Barrieren abzustalten oder abzustellen? Als Betriebsrat ist natürlich beim BEM jetzt meine Aufgabe, erstens die allgemeine Aufgabe vom Betriebsrat, die Rechte und Betriebsvereinbarungen, die in einem Unternehmen gelten, durchzusetzen. Und dazu gehört auch das BEM. Das steht dem Mitarbeiter zu, wenn er in mehr als sechs Wochen pro Jahr oder in mehr als drei Fällen krank ist, ist der Arbeitgeber verpflichtet nach Sozialgesetzbuch 9, das dem Mitarbeiter anzubieten. Und als Betriebsrat ist meine Aufgabe, darauf zu schauen, dass das auch eingehalten wird. Und wir empfehlen dem Kollegen oder dem Mitarbeiter auch immer, dass er das annimmt. Nämlich die Erfahrung zeigt, dass wenn er es nicht annimmt oder das Unternehmen das BEM nicht anbietet, oft schwerere oder Folgeerkrankungen die Folge sind. Und hätte man rechtzeitig ein BEM durchgeführt, wären vielleicht schwerere Erkrankungen oder Folgeerscheinungen der Krankheit verhindern, hätte man verhindern können. Ja, Benni, du sagst es an der Stelle, wenn das BEM nicht angeboten wird, dann wird zum Beispiel eine Kündigung ausgesprochen, dann ist diese Kündigung ja nicht halb. Das ist ja dein Thema im Arbeitsrecht. Und deine Aufgabe ist auch, mich zu überwachen. Gott sei Dank arbeiten wir sehr gut zusammen. Also vielen Dank an der Stelle auch für deine Unterstützung, denn wenn der Betriebsrat die Schwerbehindertenvertretung überwacht, in Anführungszeichen, und die Schwerbehindertenvertretung natürlich auch dahingehend auf den Betriebsrat einwirkt, gibt es nur einen Sieger. Und dieser eine Sieger ist der Mitarbeiter, der natürlich im Arbeitsleben möglichst unterstützt werden soll. Wenn ich dich als Schwerbehindertenvertreter oder Benni, dich als Betriebsrat zu einem BEM hinzuziehe, was bringt mir das? Und können mir daraus vielleicht sogar Nachteile entstehen? Wenn der Arbeitgeber im Hinterstübchen hat, ein sogenanntes BAM, ein Ausgliederungsmanagement zu verfolgen, das heißt die Kündigung anzustreben, dann hat es einen Nachteil für den Arbeitgeber. Das ist klar, weil er kriegt ja dann sein Ziel nicht durch. Wir in unseren Aufgaben als Schwerbehindertenvertreter oder als Betriebsrat, wir möchten natürlich den Mitarbeiter zur Teilhabe am Arbeitsleben, wie man das nennt, unterstützen. Und bisher ist er auch ganz gut gelungen. Wichtig ist für uns halt, dass wir unsere Aufgaben kennen. Das heißt für mich als Schwerbehindertenvertreter die Antragstellung und Gewährung und die arbeitsrechtlichen Maßnahmen, wie es der Benni vorher schon beschrieben hat, als Betriebsrat dann zu überwachen. Das heißt für uns auch in der Vergangenheit, war es jetzt ja, oder im täglichen Leben ist es so, dass wenn Mitarbeiter nicht zielführend unterstützt werden, dass wir Lösungsvorschläge anbieten und die Lösungsvorschläge auch dahingehend unterstützen, dass der Mitarbeiter auch wirklich einen Gewinn hat und wieder am Arbeitsleben zufrieden und motiviert teilnehmen kann. Benni, was sagst du dazu? Was ist da dein Segment dazu? Ja, grundsätzlich ist es ja so, während eines Spam kann ein Mitarbeiter nicht gekündigt werden, weil, wie vorhin erwähnt, ist ja die Firma verpflichtet, dieses Spam anzubieten. Und die Zielsetzung eines Spam ist es, was kann die Firma für den Mitarbeiter tun, um seinen Nachteil auszugleichen oder ihn vor weiteren gesundheitlichen Schädigungen zu bewahren. Also im Endeffekt ist der Arbeitgeber gesetzlich verpflichtet, zum Wohlen des Mitarbeiters zu handeln, weswegen es da eigentlich keinen Nachteil für den Mitarbeiter geben kann. Im Vorfeld schauen wir natürlich sehr genau drauf. Das heißt, wenn der Mitarbeiter auf uns zukommt, vielleicht auch schon bevor er die Einladung erhält, dann schauen wir natürlich drauf, ob die Anspruchsvoraussetzungen zur Feststellung einer Schwerbehinderung vorliegen. Jetzt muss man, das ist mir nochmal ganz wichtig an dieser Stelle, darauf hinweisen, was heißt Behinderung? Also ich habe eine Brille auf der Nase und diese Brille, die enthindert ja. Also behindert bin ich eigentlich nur, wenn die Brille weg ist, ziehe ich meine Brille auf, dann ist das ein sogenannter Nachteilsausgleich. Das heißt nicht, dass ich hier vielleicht kognitive Einschränkungen so weit habe, dass ich als Mensch so gar nicht mehr wahrgenommen werden kann in der Arbeitswelt. Für uns ist, wie gesagt, wichtig, Antragstellung und Gewährung, das ist ganz wichtig. Auch gucken, welche Hilfsmittel kann der Mitarbeiter hier am Arbeitsplatz beantragen. Das geht übrigens ganz schnell. Also wenn man den Antrag gestellt hat, muss die Stelle, die das dann bezahlen muss, das kann die Deutsche Rentenversicherung sein, das kann die Agentur für Arbeit sein, das Integrationsamt oder auch der Arbeitgeber selbst. Die müssen innerhalb von zwei Wochen reagieren. Und wenn sie das nicht tun, dann kann man da einen Rechtsanspruch ableiten daraus. Also das ist mein Part. Und du musst natürlich gucken, die Einhaltung der Betriebsvereinbarungen, die dann abgeschlossen sind, genau. Da bist du als Betriebsrat ganz direkt mit eingebunden. Genau. Also das Thema der Schwerbehindertenvertretung, da liegt der Schwerpunkt eher Richtung Sozialgesetzbuch und der Schwerpunkt als Betriebsrat liegt eben eher auf arbeitsrechtliche Themen, darauf, dass Betriebsvereinbarungen eingehalten werden, gültiges Arbeitsrecht und so weiter. Hat nur der Arbeitnehmer Vorteile aus einem erfolgreichen BEM oder hat sogar der Arbeitgeber Vorteile aus einem erfolgreichen BEM-Verfahren? Ja, das ist mir an dieser Stelle auch nochmal wichtig zu sagen. Wir sind ja im Ehrenamt tätig, also ich als Schwerbehindertenvertreter und der Benjamin als Betriebsrat. Das heißt, letztlich sind wir auch Mitarbeiter des Unternehmens und wir sind natürlich auch daran interessiert, dass unser Unternehmen nicht geschädigt wird. Jetzt ist es leider so, dass viele Arbeitgeber das noch nicht so richtig erfasst haben. Es ist sogar so, wenn Arbeitgeber dieses BEM-Verfahren einleiten, kriegen die sogar noch eine Prämie. Also vom Integrationsamt wird es zum Beispiel versprochen, wird dann geprüft natürlich, ob das erforderlich ist. Und wenn die das BEM ordentlich durchziehen, dann haben die natürlich auch motivierte Mitarbeiter, die zur Ertragskraft des Gesamtunternehmens beitragen. Also der Arbeitgeber, der hat deutliche Vorteile, aber aus meiner Erfahrung kann ich da schon sagen, leider wird es noch nicht so richtig erkannt und der Arbeitgeber gibt es ja auch oft runter, einen Personalmanager die Aufgabe umzusetzen und der Personalmanager, der ist an betriebswirtschaftlichen Interessen vielleicht noch gar nicht so ganz interessiert. Für uns ist vor allen Dingen eins wichtig, dass der Mitarbeiter unterstützt wird, als jetzt in unserem Fall in der Automobilindustrie eine Arbeit verrichten kann, an der er Spaß hat, wo er enthindert wird, wo ihm sein persönliches Schicksal oder was auch immer nicht im Wege steht und der Arbeitgeber den Benefit erkennt und da möchten wir auf jeden Fall unterstützen. Der Rechtsanspruch, wie der Benni vorher schon gesagt hat, der geht aus dem Sozialgesetzbuch 9 hervor und eben weil das viele Arbeitgeber noch nicht erkannt haben, hat da der Gesetzgeber schon mal den Daumen drauf gelegt und hat diesen rechtlichen Anspruch für den Mitarbeiter so definiert. Jetzt ist unsere Aufgabe, dass wir, und ich bin da ganz gut gestimmt, weil wir haben ja Gott sei Dank viel Erfolg auch aus meiner Sicht im BEM, dass der Arbeitgeber immer mehr diese Vorteile auch für sich selbst erkennt. Ganz wichtig aber, wir unterstützen nicht zum Ausgliederungsmanagement. Wenn überhaupt es zu einer Ausscheidung aus dem Unternehmen kommt, dann ist es immer im Interesse des Arbeitnehmers, weil wir, das möchten wir an der Stelle ganz klar sagen, vor allen Dingen auch mit Blick auf Zentrum Automobil ist mir das sehr wichtig, wir sind Arbeitnehmervertreter und wir vertreten nicht den Arbeitgeber, sondern ausschließlich die Arbeitnehmer. Und natürlich sind wir daran interessiert, dass wir hier in Kooperation zielführend für alle in die richtige Richtung schlagen. Allerdings muss man sagen, es hat natürlich Vorteile für den Arbeitgeber. Wie ich vorher bereits erwähnt habe, hat der BEM auch einen präventiven Charakter. Das bedeutet, wenn jemand über diese sechs Wochen krank ist und der Arbeitgeber lädt zum BEM ein, hilft es, weitere Krankheit und somit auch weitere Kosten für das Unternehmen zu verhindern. Denn während der Mitarbeiter krank ist, kann er natürlich nicht arbeiten. Eventuell muss der Arbeitgeber Lohnfortzahlung betreiben. Und von dem her hat das auch wirtschaftliche positive Aspekte für das Unternehmen. Ja, da möchte ich auch nochmal drauf eingehen. Also die Kolleginnen und Kollegen, die verstehen das natürlich, dass man, wenn man verschiedene Krankheiten hat, also Lohnfortzahlung im Krankheitsfall durch der Arbeitgeber für sechs Wochen, wenn dann die Krankheit abgeklungen ist, man lässt sich dann eine nächste Krankmeldung geben mit einem anderen ICD-Code, wie man im Medizinischen sagt, also eine Kodierung, wo eine andere Krankheit hinterlegt ist, geben, dann ist der Arbeitgeber ein zweites Mal in der Pflicht, ein drittes Mal in der Pflicht. Und das ist nicht in unserem Interesse, denn wir möchten natürlich Kolleginnen unterstützen, dass sie gar nicht erst in diese Situation kommen. Und noch viel schlimmer finde ich, das mache ich jetzt zunehmend, die Erfahrung ist, dass Kolleginnen und Kollegen in Gesprächen dazu motiviert werden, jetzt bleib halt mal zu Hause, mach weiterhin krank, bis ich dich beschäftigen kann. Also das ist aus unserer Sicht Sozialversicherungsbetrug. Das möchten wir nicht. Wir möchten die Kolleginnen und Kollegen unterstützen, keine Frage, aber auf gar keinen Fall möchten wir unterstützen, dass sie vielleicht irgendwann auch mal die Finger reinbringen in Dinge, die absolut nicht sauber sind. Also bin ich auch da. Ich kann mich nur mehrfach bedanken, weil es auch wirklich so gut läuft, dass wir hier auch in die richtige Richtung schlagen. Definitiv. Jetzt merkt man ja, dass ihr sehr gut Bescheid wisst über die ganze BAM-Prozesse und das ganze BAM-Verfahren. Wie erlebt ihr denn von Seiten des Arbeitgebers die Kenntnis und die tatsächliche Ausgestaltung des BAM-Prozesses? Würdet ihr sagen, dass am Beispiel vom Daimler die Prozesse eingehalten werden, dass innerhalb derer, die die BAM-Verfahren dann auch führen, dass die, sagen wir mal, gesetzestreu handeln? Oder habt ihr häufig in der Praxis den Fall, dass ihr diejenigen seid, den Arbeitgeber darauf hinweisen müsst, dass die Prozesse sauber geführt werden und der Arbeitgeber dort an der Stelle auch tatsächlich rechtlich sicher unterwegs ist? Ganz aktuell ist es so, dass ein BAM-Verfahren nicht ordnungsgemäß durchgeführt worden ist. Das heißt, man hat ein BAM-Gespräch angeboten, aber mündlich und eben nicht schriftlich. Und man hat den Kollegen im Vorfeld nicht gesetzeskonform aufgeklärt, was sich dahinter verbirgt bei diesem BAM. Wenn das der Fall ist, dann ist später, in dem Fall war es so, dass da eine Kündigung ausgesprochen worden ist. Da ist die Kündigung einfach nicht haltbar. Das heißt, der Mitarbeiter, der wird dann gekündigt, das geht dann aufs Gericht, Kündigungsschutzverfahren. Auch da sind wir beide natürlich wieder begleitend mit dabei. Wir sind dann beim Arbeitsgericht mit vor Ort und unterstützen die Kollegen. Also auch, wenn sie schon gekündigt sind. Und im Kündigungsschutzverfahren geht es darum, dass wir den Kollegen wieder in unseren Betrieb zurückholen. Und jetzt ist eben nicht selten so, dass der Vorsitzende vom Gericht dann feststellt, das BAM-Einleitungsverfahren ist gar nicht gesetzeskonform durchgeführt worden. Und dann ist schon nach den ersten zwei Sätzen, nach der Begrüßung schon klar, dass der Kollege, also die Kündigung nicht standhaft ist und der Kollege quasi weiterhin Mitarbeiter bei uns ist. Nichtsdestotrotz, im nächsten Gang müssen wir aber gucken, dass die Fehlzeiten runtergehen und dass der Kollege leidensgerecht eingesetzt wird. Da ist der Benni dann am Arbeitsplatz vor Ort. Vielleicht kannst du ja mal gerade was sagen. Wir haben ja gerade einen Transformationsprozess. Nicht in unserem Sinn wird der Verbrennungsmotor da gerade verteufelt und abgeschafft. Wir haben eine Transformation zur Batterieproduktion. Benni, da hast du jetzt Fachkompetenz. Vielleicht möchtest du da noch was dazu sagen. Ja, also das ist ja jetzt die Versorgung von Mitarbeitern, gerade mit Einsatzeinschränkungen oder im Zuge eines BAM wird immer schwerer. Auch durch den Transformationsprozess. Aber es hat sich schon im Vorfeld abgezeichnet, dass geeignete Arbeitsplätze für Mitarbeiter mit Einsatzeinschränkungen immer weniger werden. Und jetzt im Zuge der Transformation hin zur Elektromobilität werden jetzt ja in Summe weniger Arbeitsplätze und somit auch weniger Arbeitsplätze für Mitarbeiter mit Einsatzeinschränkungen, was das Ganze zusätzlich erschwert. Ich möchte aber noch kurz grundsätzlich was zum Thema sagen. Also das Thema BAM war jetzt am Beispiel unserer Firma nie so wirklich präsent im Betriebsrat. Es war schon klar, dass es irgendwie gibt, aber es wurde auch aus der Geschichte in der Firma nicht ordentlich geführt, wie der Olli richtig gesagt hat. Und das ist eigentlich erst richtig aufgeschlagen, als der Oliver dann mit seiner Fachkenntnis in die Schwerbehindertenvertretung aufgenommen wurde. Und er hat uns dann richtig aufgeklärt, wie das zu führen ist. Und wir tun jetzt natürlich unser Bestes, auch die Firma davon zu überzeugen, wie das ordnungsgemäß zu führen ist. Teilweise funktioniert es auch schon ziemlich gut, finde ich. Es gibt den einen oder anderen Personalbefreuer, der das Verstand hat. Es gibt aber auch noch viele, die sich da beharrlich weigern, obwohl das ja festgeschriebenes Gesetz ist. Da möchte ich nochmal geschwind darauf eingehen, Christian, zu der Frage, die du gestellt hast. Also du hast uns als Experten dargestellt, tatsächlich man wächst mit den Aufgaben. Aber ich denke, unsere Stärke ist vor allen Dingen, dass wir auf ein Netzwerk zugreifen können. Das heißt, ich selbst habe eine Hörbehinderung, ich bin Hörgeräteträger, deswegen habe ich auch da so ein komisches Gerät unter der Hals. Das musste ich beantragen, 8.500 Euro, die von der Rentenversicherung bewilligt worden sind. Ich habe meine Hörgeräte also nicht selbst bezahlt. Unsere Fachkompetenz, die ist vor allen Dingen, auf das Netzwerk zurückzuführen. Egal, welche Erkrankungen da dahinter stecken, ob das Magen-Darm-Erkrankungen sind, irgendwelche Krebserkrankungen. Ich, auch du, Benny, wir sind natürlich keine Mediziner. Wir haben aber Gott sei Dank das Glück, über ein großes Netzwerk zu verfügen, das im Landkreis Stuttgart-Landkreis, Esslingen-Landkreis, Ludwigsburg-Rems-Mur-Kreis, also das sind wirklich große Landstriche, die wir da abgrasen können und natürlich auch bundesweit unterwegs sind. Und ja, deswegen nicht mit fremden Federn schmücken. Vielen Dank an der Stelle vielleicht an mein Netzwerk oder an unser Netzwerk, das wir oft befragen dürfen. Und ja, vielen Dank an dieser Stelle auch. Noch eine letzte Frage an euch. Das wird jetzt wahrscheinlich die meisten Kollegen brennend interessieren. Wenn ich denn jetzt ein BAM-Verfahren durchführe, was kann für mich als Kollegen, der ich dort in dem BAM-Verfahren, auch Herr des Verfahrens bin und Hauptbeteiligter, was kann denn für mich erreicht werden? Habt ihr da vielleicht konkrete Beispiele oder das mal allgemein erklärt? Nehmen wir als Beispiel mich. Ich bin ja vom werksärztlichen Dienst, bevor ich jetzt Ende 2018 als freigestellter Schwerbehindertenvertreter unterwegs war. Da geht es bei mir jetzt um die Hörbehinderung. Also konkretes Beispiel ist jetzt zum Beispiel genau die Hörgeräte, die mir zugeteilt worden sind, die Kosten sind übernommen worden. Und ich habe jetzt Gott sei Dank das Glück, dass ich nahezu keine Fehlzeit-Tage mehr habe. Also schon gar nicht wegen meinem vorherigen Einschränkungsbild. Welche Vorteile hat jemand, der zum Beispiel eine Magen-Darm-Erkrankung hat? Damit geht man nicht hausieren. Wir können dann natürlich gucken, dass entsprechende Toiletten, behindertengerechte Toiletten installiert werden. Wir können schauen, dass höhenverstellbare Schreibtische, die zwar immer häufiger jetzt vor Ort sind, auch für nicht einsatzeingeschränkte Mitarbeiter, aber dass die gewährt werden. Dass die vielleicht auch Mitarbeiter mit Sehbehinderung, da haben wir jetzt auch einen aktuellen Fall, der hat Softwareunterstützung bekommen auf seinem werksinternen Rechner. Ja, Mitarbeiter, die vielleicht in Gefahrenbereichen arbeiten, dort irgendwie eingeschränkt sind, kaputte Knie auf rutschigem Boden. Das ist grundsätzlich keine gute Idee. Wie gesagt, das ist die gute Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat. Wenn ich da auf den Benni zugehe, der hat da ein unglaubliches internes Wissen, der dann sagt, du können wir da mal gucken, der Bodenbelag, der ist zielführend oder nicht zielführend. Letztlich muss das der Mitarbeiter selbst entscheiden und wir bieten eben das Portfolio der Möglichkeiten. Aber wie schon gesagt, ich bin ein guter Dinge. Es macht immer mehr Spaß, zur Arbeit zu gehen, weil die Erfolge steigen. Und deswegen möchte ich da motivieren, die Einladung anzunehmen, weil die Vorteile, die liegen auf der Hand. Und die Nachteile, die verstehen wir, glaube ich, ganz gut auszuräumen. Auf jeden Fall kann es, oder wird es auf jeden Fall eine Verbesserung für den Kollegen geben, im Vergleich zu seiner Situation ohne Bäm. Weil der Arbeitgeber verpflichtet ist, wie schon vorher erwähnt, sein Bestmöglichstes zu tun, um den Mitarbeiter vor weiteren Schäden zu bewahren. Von dem her kann es immer nur zu einer Verbesserung führen. Vielen Dank an euch zwei für die Beantwortung meiner Fragen. Und ich wünsche dir noch viel Spaß bei eurer Tätigkeit und viel Erfolg.